Ahoi, ich bin Adela. Ich komme aus Prag, aus der Tschechischen Republik. Ich bin diplomierte Sportlehrerin. Ich mache in Prag meine eigenen Sportcamps. Und hier in der Schweiz mache ich seit zwei Jahren Kindercamps. Ich habe hier so viele Erfahrungen gesammelt, so wichtig für meine Camps natürlich, aber auch meine viele persönliche Erfahrungen, was kann ich mit Kindern beim Sport machen. Ich habe schon viele Sportarten hier trainiert, Uni, Hockey, viele atypische Sportarten wie Kinnball, Jokeball, aber auch Fußball, Leichtathletik, viele verschiedene kleine Spiele, Laufspiele und so weiter. Und es macht mir wirklich viel, viel Spaß. Und ich hoffe, ich bleibe hier noch, sehr, sehr lange Zeit. Und ich bin wirklich glücklich und froh, dass ich Kindercamps leiten kann, dass ich die Wochenchefin bin oder man ab und zu auch Trainerin. Und ich freue mich auf alle bei Kindercamps.